Wir haben diese Woche Würzburgs größte Sportanlage, den Golfclub Würzburg, kennengelernt und wir sind beide auf dem besten Weg, golfsüchtig zu werden. Natürlich auch auf dem besten Weg, Golfprofis zu werden. Das auch, das auch. Aber nach einer Woche Training sieht man auf jeden Fall schon deutlich Fortschritte. Und das können Sie auch sehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.